Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den NVIDIA Rebound, einen lukrativen Porsche-Deal und den Brenntag-Schreck. Im Thema des Tages geht es um das Bange-Warten auf die Konjunkturdaten und warum das Zittern sogar noch länger dauern könnte. Und in der AAA-Idee, da dreht sich alles um einen Olympia-Gewinner mit großen Ambitionen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Anja Ettl aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Dienstag, der 13. August und wir wünschen euch einen coolen Start in den Tag. Heute soll es ja so richtig, richtig heiß werden. Also besonders eisgekühlte Grüße an die, die heute, so wie wir, arbeiten müssen. Und an den Börsen, da ging es gestern auch nur sehr schleppend voran. Der DAX ging unverändert bei 17.726 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street schloss der S&P 500 ein Hauch fester. Und der Nasdaq 100, der legte zarte 0,2 Prozent zu. Das wirkt erstmal ziemlich chillig, aber tatsächlich hält die Börse an dieser Stelle auch so ein bisschen den Atem an. Genau, denn diese Woche wird sich sehr vieles um die US-Konjunkturdaten drehen. Und um die große Frage, wie es denn nun wirklich um die weltgrößte Volkswirtschaft steht. Nachdem die vergangene Woche teilweise ja sehr stark von Rezessionsangst geprägt war. Aber darüber reden wir gleich noch ausführlich im Thema des Tages. So ist es. Und im DAX, da gehörte die Hannover rückt zu den klaren Gewinnern. Der Konzern hat Zahlen vorgelegt und hat damit die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Und der Gewinn, der stieg im zweiten Quartal um mehr als ein Viertel auf 603 Millionen Euro. Und die Jahresprognose, die wurde zwar nur bestätigt in Anführungsstrichen. Man ist ja verwöhnt heutzutage also nur. Aber selbst da gibt es laut den Analysten von Jefferies Hoffnung, dass die auch noch übertroffen werden könnte. Alle happy also. Die Aktie, die stieg um 5,2 Prozent. Ein Hoffnungsträger der deutschen Startup-Szene, bei dem man ja auch schon etwas länger auf einen möglichen Börsengang wartet, das ist die Fernbus- und Zugplattform Flix. IPO legen die Flix-Busse zwar immer noch nicht hin, aber seit gestern kann man zumindest mittelbar investieren. Denn die Porsche SE, also die Holding, über die die Familien Porsche und Piech ihre Beteiligung am Volkswagen-Konzern und an der Porsche AG halten, die hat jetzt auch in Flix investiert. Immerhin einen zweistelligen Millionenbetrag hat die Porsche SE reingesteckt in Flix. Im Vergleich zum VW-Investment natürlich verschwindend gering. Also da kauft man schon noch mehr VW als Flix. Aber immerhin, also ein bisschen Flix ist jetzt auch dabei bei der Porsche SE. Ja, spannend. Aber nicht so deutlich für den M-Dachs-Wert ThyssenKrupp. Kein Wunder, die Aufsichtsratssitzung am Freitag ist ja ohne Ergebnis geblieben. Und damit bleibt auch die Finanzierung der Stahltochter ThyssenKrupp-Stil unklar. Und die Aktie hat daher 1,6 Prozent eingebüßt. An der Wall Street, da scheint dafür das Schlimmste vorerst überstanden. Nvidia, die ja zuletzt deutlich Federn gelassen haben, die stiegen auch dank einer Kaufempfehlung der UBS mit einem Kursziel von 150 US-Dollar um immerhin rund 4 Prozent. Die Konkurrenten AMD und Micron, die legten um 1,9 und 1,7 Prozent zu, wurden also mitgezogen. Super Micro Computer schaffte sogar über 6 Prozent. Überhaupt präsentiert sich die Tech-Werte verhalten freundlich. Apple, Microsoft und Oracle beispielsweise legten zwischen 0,6 und 0,2 Prozent zu. Für die Bank of America ist Nvidia aktuell sogar einer der Top-Rebound-Picks. Und United Health Group mit plus 1,2 Prozent und Walmart mit plus 1,1, die zählten auch noch zu den Gewinnern in Amerika. Und um über 5 Prozent und damit ziemlich kräftig runter ging es für die Trump Media and Technology Group, kurz DJT oder DOT. Nachdem der frühere US-Präsident Trump im Vorfeld seines Interviews mit Elon Musk erstmals seit einem Jahr wieder etwas auf der Plattform X gepostet hatte. Am vergangenen Freitag, da hatte DJT, die ja als Alternative unter anderem zu X gedacht ist, die Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Und die zeigten unter anderem einen Nettoverlust von 16,4 Millionen Dollar, wovon eben etwa die Hälfte auf Ausgaben im Zusammenhang mit dem SPEC-Deal, über den wir ja hier schon oft gesprochen haben, entfallen sind. Und der Umsatz, der betrug knapp 837.000 Dollar und das entspricht einem Rückgang von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ja, dieses sogenannte Interview, das der Trump-Fan Elon da mit Donald Trump abhalten will, das kam für uns jetzt diesmal tatsächlich zu spät. Das ist deutscher Zeit zwei Uhr nachts angesetzt gewesen. Sollte das spannend gewesen sein, berichten wir euch natürlich morgen davon. Was wir noch mitbekommen haben, war hingegen die am späten Montagabend vermeldete Gewinnwarnung der Chemikalienhändler von Brenntag. Der Grund wegen der harten Konkurrenz, die auch auf den Preisen lastet, kürzt der Konzern die Jahresziele. Für das laufende Jahr dürfte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen auf 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro fallen, teilte der DAX-Konzern mit. Bisher hatte Brenntag 1,23 bis 1,43 Milliarden Euro angepeilt. Mit den neuen Zielen, da fällt der Konzern hinter die Vorjahreswerte zurück. Sowas kommt an der Börse nie gut an. Dennoch hat die Schweizer Großbank UBS die Aktieneinschätzung auf Kaufen beibehalten mit Kursziel 85 Euro. Die Aktie, die schloss gestern vor der Gewinnwarnung bei knapp 64 Euro. Ja, noch kurz zu den Terminen. Die sind aber diesmal sehr schnell erzielt. Heute gibt es den ZDW-Index und die amerikanischen Erzeugerpreise. Außerdem die Quartalszahlen für das dritte Quartal von Nocera und dann die Quartalszahlen für das zweite Quartal von der Porsche SE, von Home Depot und von THG Immobilien. Anja, wir haben es ja gerade schon in den Märkten besprochen. So richtig viel Bewegung war gestern, abgesehen von ein paar Ausnahmen nicht. Es hat ein bisschen was vom Warten aufs Christkind alles nervös und ziemlich aufgekratzt und eben auch ziemlich ungeduldig. Der Unterschied ist nur, die Chance, dass die Überraschung negativ ausfallen wird, die ist etwas höher als unterm Weihnachtsbaum. Ja, das ist richtig. Das sind ja mal spannende Bilder, gerade bei dieser Hitze. Aber gut, ich mache mal mit. Bescherung ist dann quasi am Mittwoch. Dann gibt es nämlich die Wundertüte, auf die an den Börsen gerade alle warten. Die neuesten Daten zur Inflation in den USA und so lange sind eben alle nervös und in Warteposition. Genau, zusammen mit den Einzelhandelszahlen, die einen Tag später kommen, wird man ein besseres Bild haben, wohin es mit der US-Konjunktur geht und damit auch, wie die Notenbank FED vermutlich dann darauf reagieren und entscheiden wird. Man hat ja am vergangenen Montag schon gesehen, zu was für großen Bewegungen es kommen kann, wenn sich dann doch Panik durchsetzt. Ja, da herrscht jetzt eben gespanntes Abwarten. Ja, und auch im Nahen Osten hält man immer noch die Luft an, wie es in dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran weitergehen wird. Dass die Iraner auf die gezielte Tötung des Hamas-Anführers in Teheran reagieren werden, das gilt als sicher. Aber die Frage ist, wie heftig der Angriff ausfällt und wie die Israelis dann wieder reagieren werden. Der Ölpreis, der steigt jedenfalls schon mal. Immer ein untrügliches Zeichen, dass die Märkte ja einen Konflikt in der Region fürchten. Gestern stieg der Preis für die Sorte West Texas Intermediate über 80 Dollar pro Barrel. Das war der größte Anstieg seit Oktober, also seit dem Zeitpunkt, als der Konflikt ja durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel wieder aufgeflammt ist. Ja, und hohe Ölpreise haben natürlich auch wieder eine Wirkung auf die weltweite Konjunktur. Und um die machen sich die Börse ja gerade schon genug Sorgen. Und auch durch die Entwicklung im Ukraine-Krieg steigen gerade die Energiepreise. Und das ist dann schon im wahrsten Sinne des Wortes ein ziemlich exklusives Gemisch gerade. Genau. Unser Kollege Daniel Wetzel, der Energieexperte, der hat gestern berichtet, dass die Großhandelspreise für Gas gerade wieder deutlich steigen. Das kennen wir ja noch aus der Energiekrise 2022, als die Russen versucht haben, die Gaslieferungen als Waffe einzusetzen. Und das scheinen sie gerade wieder zumindest zu probieren, wenn auch in deutlich geringerem Maßstab. Ja, man erkennt das schon daran, dass der englischsprachige X-Account des russischen Staatskonzerns Gazprom mal wieder aktiviert wurde. Also die Russen, die wollen mit ihren Botschaften also definitiv ein Publikum außerhalb Russlands erreichen. Und da wurde ein Gazprom-Verantwortlicher zitiert. Die Ereignisse in der Nähe von Suja haben zu einem scharfen Anstieg der Preise sowohl für Erdgas als auch für LNG geführt. Suja, das ist der Ort, über den der Gastransport durch die Ukraine abgewickelt wird. Und der liegt in der Region, die gerade von den Ukrainern mit ihrem Gegenangriff auf russisches Territorium attackiert wird. Die Russen, die wollen jetzt also suggerieren, dass die Ukrainer damit besser aufhören sollten, sonst steigen in Europa die Gaspreise. Aber Daniel berichtet, dass der Preisanstieg schon deutlich vor dem Angriff der Ukrainer begonnen hat. Und zwar eben mit der Tötung des Hamas-Führers in Teheran. Ja und trotzdem schreiben die Gazprom-Leute auf X, Zitat, am 9. August sind die Preise im Großhandel auf einen Jahreshöchstwert gestiegen und wir haben jetzt Sommer. Wer profitiert davon? Tja, in allererster Linie profitiert davon erstmal Russland. Denn die Russen verkaufen ihr Gas trotz der Sanktionen immer noch auch an osteuropäische Staaten und Österreich. Es geht also auch mit dieser Botschaft vor allem um eins, Unsicherheiten schüren und so den Preis möglichst weiter nach oben treiben. Die Gaslieferungen durch die Ukraine, die derzeit noch über Suja abgewickelt werden, die sollen ohnehin zum Jahresende eingestellt werden. Denn dann enden die Verträge zwischen den beiden Kriegsgegnern. Es gibt aber die Befürchtung, dass durch die Kampfhandlung früher Schluss sein könnte. Und die Durchflüsse durch die Pipeline, die waren jetzt am Wochenende auf dem niedrigsten Stand des Jahres. Also kein Wunder, dass da die Preise steigen. Tja und sollten die Pipeline-Lieferungen ganz ausbleiben, dann müssten sie mit LNG, also mit Flüssiggas, ersetzt werden. Und das würde dann wiederum den Preis dafür treiben. Und auch der Nahostkonflikt hat Preissteigerungen zur Folge, berichtet Daniel. Denn Katar könnte hineingezogen werden und von dort kommt immerhin 5 Prozent der LNG-Lieferungen nach Deutschland. Ihr seht kein Wunder, dass im Moment alle nervös sind. Und damit ist auch klar, selbst wenn die Zahlen aus den USA am Mittwoch gut ausfallen sollten, gibt es noch keine endgültige Entwarnung. Die unsicheren Zeiten und damit auch die hohe Volatilität an der Börse, die wird wohl noch eine Weile anhalten. Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden. Ihr wollt inspirierenden Gesprächen von zwei Freundinnen lauschen, die zum Nachdenken und Diskutieren anregen? Dann hört doch mal rein in Feuer und Brot. Feuer und Brot hinter diesem mysteriösen Namen verbergen sich Alice und Maxi, gebürtige Kölnerinnen. Die beiden kennen sich seit der fünften Klasse und unterhalten sich in ihren Podcast-Folgen meistens irgendwo zwischen Berlin, Hamburg und Köln. Entweder via Skype oder gemütlich beisammen. Alice ist freie Journalistin und Autorin. Maxi arbeitet als Sprecherin. In ihrem Podcast besprechen die beiden in ganz vertrauter Atmosphäre gesellschaftlich relevante, popkulturelle und ganz persönliche Themen. Da geht es zum Beispiel um Rap, Feminismus, kulturelle Aneignung, Männlichkeit oder auch mal um Tabuthemen wie weibliche Lust oder Menstruation. Im zweiwöchentlichen Rhythmus könnt ihr den beiden zuhören, wie sie ihre Sicht der Dinge schildern, irgendwo zwischen Politik und Popkultur. Hört jetzt rein und abonniert den Podcast. Immer am 1. und 15. des Monats gibt es eine neue Folge im Podcast-Player eures Vertrauens. Die AAA-Idee des Tages Du hast es ja schon angekündigt, Philipp. Wir wollen uns in der AAA-Idee in lockerer Folge ein paar Urlaubsländer unter Anlegeraspekten anschauen. Du hast ja gestern schon vorgelegt mit deiner Urlaubsdestination Dänemark und ich ziehe heute nach, denn ich war in Frankreich, bin frisch drück, war genauer gesagt in der Bretagne, die sich ja nach wie vor innerhalb Frankreichs durchaus als etwas Eigenes begreift. Und das merkt man übrigens schon daran, dass es keine mautpflichtigen Autobahnen gibt. Und wir sind zum ersten Mal mit einem E-Auto die rund 1.000 Kilometer dahin gereist. Und was soll ich sagen? Das hat überraschend gut geklappt. Also das Ladesäulennetz, das passt schon mal. Außer wenn man ins Finistère reist, also die Gegend ganz im Westen. Da fehlt es definitiv noch an Superchargern. Ja, aber du hast ja gestern unter anderem auch die Frühstückspreise erwähnt. Ja, 30 Euro, genau. Zwei Croissants und zwei Kaffee. Okay, ich nehme an, das ist in Frankreich doch etwas billiger als in Kopenhagen. Ja, definitiv. Also wir waren im Ferienhaus an einem kleinen Strandbad. Ist also nicht ganz vergleichbar mit Kopenhagen zugegeben. Den Kaffee den Brüder selbst und Hauptstadtpreise gibt es da auch nicht. Aber wenn ich frühstücken gegangen wäre in der In-Location direkt an der Strandpromenade und Lama-Plage ist immerhin einer der bevorzugten Ferienorte des Pariser Bürgertums in der Bretagne, rate doch mal, was dasselbe da gekostet hätte. Puh, also ich würde sagen, maximal 12, vielleicht wenn es wirklich teuer war, 15 Euro. Bei höheren Croissantpreisen gäbe es dann, glaube ich, doch Gelbwesten-Proteste in Frankreich. Das stimmt, aber die Gelbwesten, die können sich entspannen. Es waren 6,60 Euro. Oh, wow. Eindeutig der bessere Deal. Das BIP pro Kopf in Frankreich, das liegt übrigens bei rund 45.000 Euro, also etwas unter dem Deutschen und deutlich unter dem Dänischen. Bei der Inflationsrate, da liegen Frankreich und Deutschland im Moment etwa gleich auf. Frankreich ist auch deshalb als Börsenplatz interessant, weil die zweitgrößte Euro-Volkswirtschaft dieses Jahr sehr im Fokus steht. Erst die vorgezogenen Neuwahlen, die ja schon für viel Aufregung und politische Fragezeichen gesorgt haben. Und nun sind ja auch gerade die Olympischen Spiele erfolgreich zu Ende gegangen, haben wir ja gestern drüber gesprochen. Genau, da hat Frankreich ja im Großen und Ganzen ein sehr sympathisches Bild abgeliefert und ist damit einer der klaren Olympia-Gewinner. Nur die extrem dreckige Säne, die wird wohl noch lange negativ in Erinnerung bleiben. Und das dürfte die Verantwortlichen in Frankreichs Regierung auch deshalb ärgern, weil Frankreich sich ähnlich wie Deutschland ja die grüne Transformation und den Umweltschutz auf die Fahnen schreibt und da auch große Ambitionen hegt. Ich habe da ehrlich gesagt immer noch Zweifel, denn ein Land, das nach wie vor in großem Stile Wasser in pfandfreien Plastikflaschen verkauft, das hat aus meiner Sicht noch einigen Nachholbedarf in Sachen Umweltschutz. Und das sage ich jetzt als Deutsch-Französin. Also ja, ich kann das nicht so ganz verstehen. Ja, immerhin ist das Wasser sauber in den pfandfreien Plastikflaschen. Da wäre der ein oder andere Freiwasserschwimmer ja schon ganz froh gewesen. Umweltschutz ist das eine, solide Staatsfinanzen das andere. Auch da kann Frankreich noch eine ordentliche Schippe drauflegen im Vergleich zu Deutschland. Mit einer Staatsschuldenquote von zuletzt 111 Prozent im Jahr 2023 rangiert Frankreich im EU-Vergleich direkt hinter Griechenland und Italien. Und das ist natürlich eine gewaltige Bürde für die Zukunft, zumal die politische Lage nach den vorgezogenen Parlamentsneuwahlen weiterhin ja total offen ist. Die Olympischen Spiele, die haben das jetzt erstmal gnädig zugedeckt für zwei Wochen. Aber ja, wie es jetzt in dieser Paz-Situation weitergeht, das ist immer noch total unklar. Das belastet natürlich auch die Börse. Im Jahresvergleich liegt der Leitindex KAK 40 etwas mehr als ein Prozent im Minus. Der DAX, der hat in der gleichen Zeit rund zwölf Prozent plus gemacht. Ja, und wegen der hohen Schuldenlast hat die Rating-Agentur S&P die Bonitätsnote Frankreichs kurz vor den Parlamentswahlen im Juni schon auf AA- abgestuft. Fitsch hatte das ja schon im vergangenen Jahr runtergesetzt. Und ja, die Aussichten bleiben schwierig eben wegen der vielen politischen Fragezeichen und weil die erwartete Mitte-Links-Regierung mit Sicherheit eher mehr denn weniger Schulden machen wird. Als Länderinvestment im Sinne eines Länder-ETF oder Länderfonds kann man Frankreich deswegen im Moment nicht so richtig empfehlen. Interessanter ist da schon der Blick auf manche Einzelwerte. Jeder von euch kennt wahrscheinlich zumindest den Luxustitel LVMH. Ich sage es jetzt bewusst mal auf Deutsch, damit wir nicht wieder so viele Zuschriften bekommen. LVMH. Die haben wir schon oft vorgestellt. Luxus geht ja eigentlich immer. Und LVMH, ich habe es bestimmt schon wieder falsch gesagt, war bis zum Siegeszug der dänischen Novo Nordisk immerhin auch Europas wertvollster Börsenkonzern. Ja, und erwähnt es ja, dass auch Angi oder Engi, da gibt es auch immer Zuschriften übrigens. Der Versorger, an dem der französische Staat mit knapp einem Viertel der Anteile beteiligt ist, der betreibt Wind- und Photovoltaikanlagen und Wasserkraftwerke und vermarktet die auch genauso wie Batterie- und Pumpspeicher. Und seit den Parlamentswahlen Anfang Juli hat das Papier über 10 Prozent zugelegt, wird also den Markt sehr, sehr klar geschlagen und zählt damit eben auch zu den klaren Gewinnern der vergangenen Wochen. Wir haben die Aktie damals schon vorgestellt, auch weil Analysten ihr zu dem Zeitpunkt mit das große Kurspotenzial auf zwölf Monate sich zugebilligt haben. Und nach wie vor empfiehlt eine große Mehrheit der Experten den Titel zum Kauf, was eben vor allem daran liegt, dass Angi eine entscheidende Rolle bei der grünen Transformation Frankreichs zugeschrieben wird. Beim Analystenliebling Effage haben sich die Hoffnungen auf eine Kursrallye nach den Wahlen bisher dagegen noch nicht erfüllt. Seit dem zweiten Wahlgang liegt das Papier mit zwei Prozent leicht im Minus. Aber die Fundamental-Story, die stimmt weiterhin. Der französische Autobahnbetreiber, der gilt als wichtiger Akteur im Bereich Infrastruktur, das im Flächenland Frankreich eine große Rolle spielt. Rund 85 Prozent der Analysten empfehlen den Titel aktuell zum Kauf. Ihr durchschnittliches Kursziel für Effage liegt bei 131 Euro. Das wären nochmal 45 Prozent über dem aktuellen Niveau. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Leonie und Thomas haben uns geschrieben. Thomas hat noch ein paar wertlose Wirecard-Aktien im Depot rumliegen und die haben gerade nochmal ein wenig gezuckt. Es ging tatsächlich um 15 Prozent rauf. Aber bevor hier jetzt jemand Hoffnung schöpft, der Kurs ist von 2,3 auf 2,6 Cent gestiegen. Ich zitiere mal eben aus der Mail von Leonie und Thomas. Wir haben versucht herauszubekommen, was die Ursache dafür ist. Leider sind wir nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was da los sein könnte. Also so richtig schlau sind wir auch nicht aus der Zuckung geworden. Aber man muss ganz klar sagen, Wirecard ist und bleibt mausetot. Vielleicht zockt da gerade nochmal irgendwer. Es gibt ja immer nochmal Nachrichten. Gerade vor ein paar Tagen wurden nochmal zwei weitere Ex-Vorstände angeklagt. Aber man muss ganz klar sagen, also die Aktie, die kommt nicht zurück. Ja, und dann hat uns noch Peter geschrieben und schickt uns Vorschläge für Gäste aus Österreich. Denn unsere Nachbarn, die werden noch etwas vernachlässigt. Dabei haben wir so viele österreichische Hörer. Ja, Shoutout an die ganzen österreichischen Hörer an dieser Stelle. Und Peter schreibt, er erlaube sich mal ein paar Namen vorzuschlagen als Zitat Hörer der ersten Stunde und bekennender Deutschland-Fan in Klammern der Menschen und der Schönheit des Landes. Ja, Peter, du weißt einfach, wie man uns um den Finger wickelt. Die Vorschläge kommen auf unsere Liste. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wen uns Peter als Samstagsgäste vorgeschlagen hat, dann kann es ja nur eine Devise geben. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.